Jetzt muss ich dann doch mal einen Satz zu Tesla sagen, bei allem Respekt, es gibt auf dieser Welt Ankündigungsweltmeister, ich nenne keine Namen, es gibt Unternehmen, die verkaufen mit Mühe 80.000 Autos pro Jahr, Volkswagen 11 Millionen in dem Jahr, dann gibt es Unternehmen die Volkswagen, die erwirtschaften pro Jahr einen Gewinn von 13, 14 Milliarden Euro und wenn ich richtig informiert bin, vernichtet Tesla pro Quartal einen dreistelligen Millionenbetrag. Schmeißt die Mitarbeiter raus, wie sie lustig sind, also Sozialkompetenz, weiß ich nicht, wo das ist, also da bitte ich jetzt wirklich mal die Kirche im Dorf zu lassen und nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Vielen Dank.